Hallo und herzlich willkommen beim Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Heute stelle ich euch Rondo vor und erkläre euch gleich auch noch die einfachen Spielregeln, sodass ihr sofort loslegen könnt. Bei Rondo geht es darum, Steine in fünf unterschiedlichen Farben clever auf die entsprechenden Felder des Spielplans zu legen und so Punkte zu machen. Aber dazu gleich mehr. Fangen wir zunächst einfach einmal mit dem Spielaufbau an. Als erstes solltet ihr euch für eine Spielplanseite entscheiden. Dabei gibt es zum einen die blaue Standardspielplanseite und zum anderen auf der Rückseite eine rote Spielplanseite mit anderer Zahlenverteilung. Für das erste Spiel entscheidet ihr euch am besten für die blaue Spielplanseite. Auf den Spielplan setzt nun gleich jeder seinen Zählstein auf das Feld 0 der Zählskala. Und dann nehmt ihr alle Steine und füllt diese in den dafür vorgesehenen Beutel und mischt sie gut durch. Als nächstes nimmt sich dann jeder Spieler eine Ablagebank und zieht bereits zwei Steine aus dem Beutel, die er auf seine Ablagebank stellt. Aber Achtung! Kein anderer Spieler sollte dabei sehen, welche Steine ihr bereits habt. Tja und dann kann es auch schon losgehen, indem der rundeste Spieler zum Startspieler wird. Ja ja, ich weiß, ich habe hier gewonnen, also fange ich gleich mal an. Die Spielregeln sind dabei geradezu simpel. Wie bereits erwähnt, geht es darum, Punkte zu machen, indem ihr auf die Zahlenfelder des Spielplans farblich passende Steine legt. Dazu sind die Spieler im Uhrzeigersinn abwechselnd am Zug und wer an der Reihe ist, hat zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht zwei neue Steine aus dem Beutel und stellt diese auf seine Ablagebank. Achtung! Hat ein Spieler bereits fünf Steine auf seiner Ablagebank, darf er keine weiteren Steine mehr ziehen. Oder er spielt eine beliebige Anzahl Steine aus und zieht dann einen Stein aus dem Beutel nach. Beim Ausspielen müsst ihr immer darauf achten, dass Steine immer nur auf freie Felder gesetzt werden dürfen. Außerdem müssen diese Steine immer benachbert zu einem bereits besetzten Feld gelegt werden. Diesen blauen Stein dürfte ich jetzt also nicht einfach so hier hinlegen. Das Feld in der Mitte zählt dabei auch als besetztes Feld, sodass der Startspieler eines der benachbarten Felder zunächst mit seinen Steinen belegen muss. Dadurch, dass ihr auf eurer Ablagebank bis zu fünf Steine unterbringen könnt, habt ihr so die Möglichkeit, auch mehrere Steine auf einmal ausspielen zu können. Allerdings müssen diese Steine dann auch eine aufeinanderfolgende Reihe bilden und dürfen zwischendrin nicht mehrmals abzweigen. Dazu ein Beispiel. Ich dürfte jetzt durchaus diesen Stein noch hier hinlegen, dann aber nicht auch noch den lilanen hier drüben hin, da ich dadurch mehrmals abgebogen bin. Da wäre es viel cleverer, den Stein noch hier hinzulegen. Wenn ihr einen Stein auf ein Feld legt, bekommt ihr dann die auf dem Feld stehenden Punkte. In diesem Beispiel bekomme ich also eins plus drei plus zwei plus ein Punkt, also insgesamt sieben Punkte. Achtung! Ihr dürft sogar in einem Spielzug mehrere Steine derselben Farbe auf dasselbe Feld stellen und bekommt dann für jeden Stein die Punkte des Feldes. Wenn ich jetzt also in meinem Spielzug zum Beispiel hier zwei rote Steine draufgesetzt hätte, dann würde ich nicht nur drei Punkte bekommen, sondern zweimal drei Punkte. Also alleine für das Feld dann sechs Punkte. Außerdem habt ihr auch noch die Möglichkeit, einen Stein mit der Farbseite nach unten auf ein Feld zu legen, wenn ihr keinen Stein für dieses Feld mehr habt. Für dieses Feld bekommt ihr dann zwar keine Punkte, das ist aber eine tolle Möglichkeit, Felder zu überbrücken und so vielleicht Felder belegen zu dürfen, für die ihr mehr Punkte bekommt, weil ihr zum Beispiel mehrere Steine einer Farbe auf der Hand habt. Tja und so seid ihr abwechselnd Runde für Runde am Zug, bis entweder das letzte graue Feld auf dem Spielplan durch einen Stein belegt wurde oder bis ein Spieler nicht mehr genügend Steine nachziehen kann. In jedem Fall wird aber die laufende Runde noch zu Ende gespielt, sodass jeder Spieler gleich oft am Zug war und wer dann die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt. Ihr seht, wie versprochen, ist Rondo ein Spiel mit herrlich einfachen Regeln, bei dem ihr sofort loslegen könnt. Also viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal, euer Björn.